Hey, heute gibt's das Review der Happy Brush Zahnbürste. Seit längerer Zeit habe ich Interesse an einer elektrischen Zahnbürste, da diese meiner Meinung nach besser reinigen. Doch ist die Happy Brush Zahnbürste einfach nur eine Zahnbürste? Das offert ihr später. Doch warum genau eine Zahnbürste hier auf dem Kanal? Also so gesehen ist es schon ein Stück Elektronik. Und ich bin unendlich glücklich, dass diese Zahnbürste nicht solch eines Machtes Teil ist. Denn wer will sich denn schon jeden Morgen via Bluetooth mit seiner Zahnbürste koppeln und sich dann Anweisungen geben lassen? Keiner. Die Happy Brush hat einen Akku, der bis zu drei Wochen lang hält. Außerdem besitzt sie drei Modi. Den normalen Modus, den sensitiven und den polieren Modus. Es gibt sie neuerdings in Windfarbe. Außerdem gibt es noch schwarz und weiß. Und für die, die es noch nicht wissen, sie stammt aus der Sendung Die Höhle der Löwen. Das Starter Kit beinhaltet eine leckere Zahnpasta, die Zahnbürste bzw. den Griff, zwei Aufsteckbürsten und eine Ladestation. Statt Drehbewegungen arbeitet die Happy Brush mit einer Schallvibration. Außerdem könnt ihr ein Exemplar in eurer Wunschfarbe gewinnen. Dazu einfach unten in der Beschreibung in das Formular eintragen. Nun zurück zur Zahnbürste. Alle 30 Sekunden macht diese eine kurze Pause. So weiß man immer, wie lange man schon putzt. Und das ohne eine blöde Bluetooth-Kopplung wie bei Oral-B. Von der Happy Brush gibt es auch noch eine rotierende Version. Und ich habe wirklich den Eindruck, dass meine Zähne weißer sind und sich besser anfühlen. Kurz und knapp, das war's vom heutigen Video. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Der Link zu beiden Versionen ist unten in der Beschreibung. Schaut dort auf jeden Fall mal vorbei. Ich würde mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert und das Video teilt. Macht's gut und bis morgen früh. Tschüss. Bhrei. Lots. Ljud.